Der Freitag, 19. und Samstag, 20. Januar, starten wir das Opeljahr mit dem traditionellen Haagrille. Kommen Sie vorbei, wir zeigen Ihnen unsere neueste Opopalette bei einer feinen, heissen Wurst. Sie profitieren von attraktiven Sonderausstattungen bei Jubiläumsmodellen und einer heissen A-Grillprämie. Zudem gibt es im Januar auch noch 1,2% Leasing. Es lohnt sich also vorbei zu kommen. Zudem gibt es aber auch noch eine heisse, feine Opel Brotwurst. Wir freuen uns, Sie am 18. oder 19. Januar zu begrüssen. Übrigens, es gibt auch noch ein Bier für die, die wollen. Prost!